Lieber Chris, ich möchte mich auf diesem Weg bedanken für deine Zeit, für das Gespräch mit dir, für dein Coaching. Es war ein nicht so langes Gespräch, aber sehr effektiv. Unser Impulsgespräch, es hat mich weitergebracht. Es hat mir geholfen, meine Gedanken klarer zu strukturieren und mir selbst Dinge ein bisschen mehr zu erlauben. Und in einer Sequenz, in einer Reihenfolge abzuarbeiten, wobei nicht alles jetzt gleich notwendig ist. Und im Rückblick, wenn ich in Situationen im Alter komme, hilft es mir, an dieses Gespräch zu denken. Und den Input oder das, was wir da erörtert haben, aufzugreifen, das bringt mich weiter. Und wenn es mich weiterbringt, dann wachse ich damit und kann meine Situation im Hier und Jetzt verbessern. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir wieder mal ein kurzes Gespräch haben oder ein Coaching, weil es geht dann wieder einen Schritt weiter. Vielen Dank. Das war gut. Mir geht es besser. Schau mal, ich kann lachen, das ist wunderbar. Ich bin ein fröhlicher Mensch, aber ein Teil von der Fröhlichkeit und von der Happiness kommt auch von dir. Vielen Dank und Baba.